Musik Ein Freund von mir, ein kluger Mann, kam mir da neulich mit was an. Er meinte, nimm die Pille, hier probier, ich mein es gut mit dir. Es ist weniger ein Rausch, als ein gezielter Rollentausch. Ein Tag lang bist du weiblich, das Gefühl ist unbeschreiblich. Lalalalalala, 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 lalalalalala. Für bürgerliche 100 Mark, Femina, Flauer, mittelstark, absolut verlässlich. Ein Tag als Frau, allerdings hässlich, zahl 300, sei so schlau, erleb den Tag als schöne Frau. Femina, super Flauer, Gold, und alle Herzen sind hier holt. Als Frau den Höhepunkt erleben, ich hab's mir vorgestern gegeben. Weiblich jung und wunderschön, bis zum nächsten Sonnaufgehen. Prinzen, die dir Minne singen, sich im Kampf um dich bezwingen. Wir fangen einfach diese Pille ein, mach es oder lass es sein. Lalalalalala, lalalalalala. Lalalalalala, lalalalalala. Ich konnte unmöglich riskieren, das nur aus geizig zu probieren. Ich wusste, ich würd mich ewig hassen, so ne Chance zu verpassen. Auch wenn es nicht wahrscheinlich war, vielleicht war es ja trotzdem wahr. Ich nahm die Droge mit nach Haus und setzte mich der Wirkung aus. Ich wachte auf mit fremden Lüsten und mit unglaublichen Brüsten und heiß sogar auf Schokoriegel. Plötzlich stand ich vor dem Spiegel, mich erregte, was ich sah. Ich glaubte nicht, dass ich das war. Ein Traum von einer Frau, so ne richtig geile Sau. Mal war so komisch nach nem Knaben, ich musste sofort einen haben. Ich ging in die nächste Bar und was klar gewesen war, sie waren wie die Fliegen. Ich konnte jeden kriegen, der sieht gut aus und scheint zu lächeln, den bringst du jetzt gleich zum Hächeln. Tief ihm in die Augen blicken, fragten, willst du mit mir ficken? Wir gingen dann zu ihm und wurden da intim. Schon im Fahrstuhl wurd mir klar, da sagt kein großer Laberbar, Kommt im Volta wieder runter und wurde auch nicht spät am Montag. Das war doch mein Geschlechtsverkehr. Der sagt auch dazu gar nix mehr, außer faul auf seinem Rücken liegen. Ich würd gerne geblasen kriegen, diese miesen Patriarchen. Irgendwann fing er anzuschnarchen, wenn er folgen ihrem Zweck und dann schmeißen sie dich weg. Ach, hast dich wohl mit Recht, den Mann das niedrige Geschlecht, sexuelle Hindernis. Dann fand ich meine Klitoris. Ich begann ganz zart und scheu, es war so wunderschön und neu. Das hat mich so tief entspannt, dann hat der Schlaf mich übermannt. Das war alles noch zum Lachen, der Horror kam dann beim Erwachen. Neben mir bälzte sich mein Gatte. Ich fühlte meine Morgenlatte und mein altes Kampfgewicht und die Stoppeln im Gesicht. Auch die Brust war nicht mehr da, ich wusste, ich war in Gefahr. Sekunden schnell zog ich mich an und dachte, dass ich Land gewann. War ich zöglich eine Frau, war es ein Traum, weiß nicht genau. Ich lag im Bett mit einem Mann, ein Mann fasste mich an, das war nicht besonders toll. Von Pillen hab ich die Schnauze voll. Ich habe mich an, das war nicht mehr da, ich weiß nicht mehr da. Keine Ahnung